Herzlich Willkommen zurück zu einer illustren und für mich nicht so langweiligen Runde wie für euch Timberweed Park, ich bin Kreis, wie immer, wir sind ein lustiger Clown und hier, wir merken schon, irgendwas kippt hier so ein bisschen So, dann kann ich doch jetzt erstmal betrachten Der gemeinste Clown Nice Betrachte, betrachte Clowns Nase Okay, wer es aus der letzten Folge noch weiß, wir brauchen ein paar Sachen, wir schauen nochmal hier drauf Ich stecke die Clowns Nase auf, okay, hol mein Beep Endes Witzbuch zurück Hä? Okay, achso, ja, okay Bring mein Clown Thro in Beep-bären Zustand Trag mein Beep-artiges Clown-Make-up auf Okay, äh, wir brauchen also ganz viel Kram Verbeultes Poster, betrachtende Okay, dann schauen wir uns mal die Notizen an Okay, ähm, dann schauen wir doch mal Äh, betrachte Notiz Das ist bestimmt ein Code für irgendwas Okay, mein Anwalt, äh, können wir hier Wasserhahn Äh, dann benutze Naja, okay, wollen wir kein Wasser verschwenden, ja, betrachten wir mal den Kühlschrank Ja, toll, sauber und leer Äh, naja, machen wir mal zu wieder Öffne Mikrowelle Öffne Schaue Mikrowelle Okay, dann Der Schuldschein, was gibt's da? 1000 Dollar Äh, geht zu Bett Geht zum Spiegel Äh, ja, aber wo krieg ich denn? Was denn? Ransom, ich bin dein Businessmanager und Lawyer Ah, toll, der Typ Alter, der muss ja richtig Cola haben, der Clown Tja, da kann er echt nix für, der gute Ransom Ja Haha, okay, ähm Wohnwagen, 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 Tür Äh, das Fenster, können wir da durchschauen? Wahrscheinlich nicht Hier geht auch nichts Alles wird hier akribisch abgesucht Dann gehen wir mal hier rüber Quick, 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 quick Im Moment, kann ich aber da nochmal rüber? Da geht's jetzt aufs Zirkusgelände Und wo geht's, wenn ich hier lang gehe? Hier ist gar nix, okay Na gut Ähm, ich wollt's ja nur mal ausprobieren, ne? Nicht, dass es wieder heißt Kreis, Kreis, Kreis Du übersiehst alles Ähm, und ihr wisst jetzt so In den ersten sechs bis zwölf Folgen Kann ich nicht eingreifen Weil ich da immer noch im Urlaub bin Rede mit Pantomime Kann ich da mit dem Mann reden? Hallo Mann Okay Dann sind wir jetzt auf dem Jahrmarkt Dann schauen wir uns doch mal hier um Äh, 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 schaue Kann ich ihn drücken? Äh, ha, 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 ha I don't know what I'm saying, that's what I'll do Puh 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 Bühnenhintereingang Oder gehe ich zum Zirkuszelt-Eingang Wo gehen wir lang? Geben wir vorne durch Okay Dann nehmen wir das doch mal Okay, er hat nur die Bugs genommen Ähm, gehe zu Oh, da Verdammtes Make-up It's my special custom-made clown-make-up I am tired of putting it on every night Ah, schön Now there's the face I love Sehr schön, oder? Geh zu Haargel Äh, I can't pull that Nimm Guck mal, ah, wie geil Clown-Pro looks great now Clown-Hut Ja, aber nimm ihn doch trotzdem mit Äh, das Witzbuch brauche ich noch Und Carnie Joe Wer ist denn Carnie Joe? Ähm, kann ich da jetzt raus? Prachtekanone I forget my best lines without it Ahaha Ach so, das ist hier die Fluchwörter, ja? Andrea Danger Juergenson Hier sind doch bestimmt auch wieder irgendwelche Namen drin Die auf jeden Fall, äh Keine Ahnung, bei irgendeinem Kickstarter oder so mit dabei haben Okay Moment, dann will ich aber trotzdem noch mal kurz Ich möchte mal irgendwas gucken Äh, J, K, L, M Ach so, da gibt's gar keinen Äh Da Äh, muss da jemand bald sein? Ne Keine Ahnung, kenn ich alle nicht Ähm Ja, okay Jetzt muss ich das Witzbuch auftreiben Wo ist das? Da ist der Wohnwagen Hier, Midway Popcornstand Betrachtet Da muss ich auf den Rummel Carnie Joe, der ist er doch schon Hey Carnie Joe You got my money, Clownie? That's Ransom the Clown Asswife Okay, you got my money, Ransom the Asswife Clown 1000 Clowns or you not getting your jokebook back Äh, ich hab aber sein Geld nicht Fragen wir erstmal nach der Familie Oh mein, ich kann auch nichts dafür I have your f***ing money Oh, so you decided to pay up Yeah, here's your money Now where's my jokebook? Äh, wait Are you messing with me? That's only 138 bucks in interest We're the grand you owe me Yeah, I thought you'd settle for less Eh, beggars have you, Jesus Oh yeah Well, I choose to hang on to your jokebook Till I get the full 1100 Jetzt ist es auf einmal 1138, Leute Oh man, kann ich hier noch weitergehen? Wie, 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 wie Meine Schuhe quicken so ein bisschen Äh, wo krieg ich denn jetzt 1000 Dollar her? Leute Kann ich irgendwen überfallen? Oder kann ich... Ne, im Hintereingang war nix mehr, oder? Ach, du wirst mich niemals kriegen, du bist phantomie, hörge völligst aufzureden Äh, geh zu Wohnwagen Glänzende Trophäen, kann ich die nicht mitnehmen? Ah, Kühlschrank It's already closed, it's already closed Man Verbeultes Poster, nimm Öffne Ah, ich hab's mir gedacht Alter, ich hab's mir gedacht, weil die Ecke oben so angerissen war Öffne Äh, ähm Ich gebe auf Moment, ich weiß Ne, nicht die Schuhe, Schuhe, Notiz The number of fish swimming in Carnie Joe's shooting gallery times four The number of buttcheeks I have The number of kids that Carnie Joe has Zwei Carnie Joe Zehn Kinder hat der Carnie Joe gesagt, ne? Was war das erste nochmal? Fische mal Dings Okay, Moment, Moment Wir versuchen mal zu improvisieren Äh, äh, zwölf Zwei nach rechts wegen dem Probacken Und Zehn Kinder hat er, glaub ich, gesagt, ne? Ah, es hat nicht funktioniert Okay, wir müssen nochmal zurück Carnie Joe Kann ich da nicht irgendwie Ne, Moment Kann ich da nicht irgendwie abkürzen? Ne Auf zum Zirkusgelände Ja, ja Kein Problem Ich muss hier noch kurz durch Moment, war das jetzt Anzahl der Fische? Mal vier Also 32, oder? Moment, hier sind Eins, zwei Drei Hier sind jeweils vier Fische drauf Sind insgesamt acht Und das Mal vier Okay, jetzt sind 32 Okay, okay Jetzt müssen wir mal kurz mit ihm reden Nein Ich besorg dir aber jetzt das Geld Wie viele Kinder hattest du noch? Zehn Okay, dann war es doch richtig Ja, ja, kein Problem Jetzt haben wir die Kombi Es geht voran Es geht voran Ja, ja Handsome Er sagt, ich verstehe mal Handsome Aber er heißt ja eigentlich Ransom Oder Ransom Oder Rent them One save Öffnen Let's see if I can remember this Kombination Siehst du, aber da siehst du mal wieder Dass man immer auf jede Kleinigkeit achten muss In solchen Spielen Äh, zwei nach rechts Das sind meine Pobacken Und jetzt noch mal zehn Kinder nach links Zack Ha Nimm Geld Nimm Hab ich das Geld? Wie viel Geld ist das? Sehr schön So, jetzt können wir ihm nicht die Asche geben Dann kriegen wir unser Witzebuch Und dann können wir auch wieder loslegen Ach, spuk, der hat mal auf mich gespukt Dieses Zwein Ja, Mann Mach dir keinen Stress Ich hab die Kohle Ich hab die Kohle Ja, Mann Plus Tinten Ja, Mann Her mit dem Ding Naja, frag doch mal Mario Bart Ah, das ist ja immer nett Das ist einmal mein bester Freund So, jetzt hab ich mein Witzebuch Jetzt kann ich doch Jetzt hab ich alles, oder? Raus auf die Bühne Und beleidige Die Piep aus diesen Idioten Hier ist mein Lebensgroßartig Piep dich für deinen Neid Na, ist doch super Jetzt gehen wir raus Da ist er, Ransom Okay Ihr seid alle das Ergebnis Jahrelanger Inzucht Ähm Ihr Leute, habt ihr einen totalen Chuckfimmel? Äh, nein, nein Äh, hier Das ist schon krass Das ist schon krass Hey, du Junge Ja, klar Wir nehmen den im Rollstuhl Natürlich Oh, der Junge im Rollstuhl weint schon mal Äh, Lady mit der Riesennase Die Riesennase I say, Lady, but your beak suggests you're a Toucan You shouldn't buy tickets for the Shodanite, Tuts You should be saving your money for a rhinoplasty Ja, 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 rhinoplasty That's one, die Chirurgie, oh man Die hässliche Dame mit der Megawarze Wo sind die denn? Also der Rollstuhlfahrer weint Hey, you, ugly old lady with a hairy mole Wahrscheinlich hier vorne Oder ist es your parasitical twin? Whatever it is I hope you bought a separate ticket Cause if it's beginning to ride the fucking roller coaster by itself It's not free loading in my audience You will be forever sorry for what you've just said I curse you to never be able to remove your makeup And to roam these circus grounds until the end of time Oh, nein He went on for another two hours insulting everyone he could Some people laugh because they thought it was funny But most laugh because they were uncomfortable And laughing is the best way to hide from the embarrassment of others But after the show in his dressing room There wasn't gonna be any laughter Ha, I killed tonight One of my best shows ever I hope that ugly old lady with a curse breaks a hip on the way home Ha, 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 ha Oh, nein, der Fluch Der Fluch Oh, leg dich doch nicht mit einer alten Voodoo-Oma an, Mann Oh, Madame Morena Oh, Madame Morena When she curses you, it's not an empty threat Something Ransom was just now finding out This fucking makeup of that fucking old Oh, man Es tut mir ja leid Oh, nein, der Anwalt You bald, greedy little Can't you see I'm having a problem? Grab a tissue and some rubbing alcohol and help me, you Your private jet crashed while trying to land Your wife found out about your mistress And she's taking everything you own except the house in Aspen There was a fire in Aspen and your house burned to the ground The toy and doll licensing deal is dead And they're suing you for breach And one more thing I quit What? And go beat yourself Oh, yeah, and then Oh, God Oh, war das nur so ein Flashback in Time? Ach, ja, stimmt Toll, das hat jetzt so lange gedauert Oh, Mann Ja, aber wenn er doch das Zirkusgelände nicht verlassen kann Wie soll er ihn denn dann, äh Ah, delicious Dann nimm doch mal einen Mit den Fliegen Ah, es gibt bestimmt noch Schlimmere Wie? Wie? Ah, viel besser Ja, nach dem Kotzen fühlt man sich immer besser Äh Ich glaube, ich habe noch nicht mit Sandy zu Ende geredet Ähm, nee, was zu essen will ich nicht noch mal Was ist mit der Stadt los? Die meisten Geschäfte sind verlassen Ach, Dave kann doch jetzt aber auch nichts dafür Nee, ich will nichts zu essen bestellen Äh, ich komme wieder, wenn ich noch mehr Fragen habe Vielleicht kann ich ja mit Dave noch ein bisschen quatschen Ähm, da, 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 wo ist es denn da unten dann Nee, reden will ich mit Dave Hallo Dave Rede mit Dave Dave Okay, hallo Dave Na, Dave will nicht mit mir reden Radio? Soll ich es mal anmachen? Ähm, Ziel nutze Nutze Radio Das hat sie doch vorhin schon mal erzählt Um Chat für den Geheimcode Guck mal, ich habe einen Staubkorn Das ist bestimmt voll wichtig Das brauche ich hinterher für irgendeinen Roboter bestimmt Ähm, aber Fingerabdrücke bräuchte ich noch Aber die kann ich ja von ihm jetzt auch nicht mehr nehmen Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Tatwaffe Vielleicht müssen wir ins Hotel Ähm Ich öffne dir mal mal die Tür, ohne was zu essen zu bestellen Weil ich habe mich gerade schon mal komplett eingekopst Äh, kopst, genau Eingekotzt Die B-Street Gehe zu Schild oder gehe zu B-Street Dann gehen wir nochmal Müllcontainer Da müssen wir erstmal reinschauen Dann öffne mal Ach, Mann Im Müllcontainer ist immer irgendwas Okay, die haben alle zu Rikis Torten Hat Rikis Torten geöffnet? Oh, Rikis Torten hat geöffnet Oh, was ist das denn? Aber hier gibt es auch keine Torten Sieht nicht nach Torten aus Ja, okay Ja, ich irgendwie auch Oh, cool Vakuumröhren Das klingt aber wie eine sehr interessante Wunderschöne Sieht wie ein interessanter Rennstück Anyway Ich bin Spezialagent Reyes Ich habe ein paar Fragen für dich Oh, froh, dich zu treffen Ich bin Rikis Lee Und ich bin der Propriator dieser kleinen Store Was kann ich für dich tun, Junge? Äh, ich brauch bestimmt so ein paar Ich such nach in einer Röhre Was halten Sie von Chuck? Fragen wir mal nach Chuck Aber Moment, die Tatwaffe war doch auch so ein spitzer Gegenstand, oder nicht? Vielleicht hat jemand ihn mit einer Vakuumröhre erstochen Äh Gib mir mal so ein Tube Hier sind über 3000 verschiedene MAKs und Modelle Kennst du den 2-Liter-Modell-Identifier? Äh NC Und was ist das MAK-Number? Lass uns sehen, ob wir sie in Stoß haben Schau, keine Nachrichten, ich bin mir schuldig Sie sind auf der Rückordnung Hast du noch eine Tube, die du für dich achten? Äh Und was ist das MAK-Number? WC Ähm WC Was war denn das? Äh WC Äh 66? Ähm Ich glaube es war Wollte die alte da nicht irgendwie WC? Ah Guck mal, siehst du Die Pigeon Brothers Die Pigeon Brothers Ach, das ist aber nett Naja Dauert aber jetzt doch schon ein bisschen Ah cool, jetzt hab ich so ein Gerät bekommen Äh, kann man mit der noch was reden, oder? Ich geh jetzt erstmal einfach raus Jetzt geh ich doch mal zurück, äh Zu den Pigeon Brothers Dann können die doch da hinten die Leitung reparieren Ich hätt natürlich jetzt da noch weiter gehen können Aber ich weiß nicht, ob da noch was ist Und, äh So haben wir dann wenigstens schon mal eine tolle Quest, äh, raus, ne? Nutze Röhre Ich hab so eine Röhre Hier Na toll Kann ich denn jetzt? Ach, Mann Ja, ja Taubenhumor, toll Der stößt bei mir aber auf taube Ohren Haha Äh Ist auch geschlossen Oh, guck mal hier jetzt Rippchen gegeben Likörliebe und Rippchen Hallo Das klingt wie das Beste Restaurant im ganzen Westen Gehe zu Pinnband Betrachtung Öffne Werbe Die ThimbleCon Okay 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 Hahaha Scum Ja, okay Das dachte ich mir schon Klingt ja wie ein sehr bekannter Emulator Äh, Nickel Gehen wir mal zur Nickel News Tür, oder? So, die Nachrichtenleute sind doch eigentlich immer die, äh Die coolen Typen Der Copytron-Aktenschrank Können wir doch mal direkt öffnen hier These must contain journalistic gold Or I don't want to open it 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 Okay Dann halt nicht Ach, die Jahre schon Ich fürchte, der Presse entgeht ja nichts Von wegen billig Wir untersuchen einen Mordfall Den Mordfall Es gibt ja nicht so viele Mordfälle hier Die sich sagt, dass die auf dem Polisscanner da stehen Ich sende meinen besten Reporter, um es in der Morgen zu sehen Kennst du, wer mein bester Reporter ist? Äh Du? Wenn diese verdammte Stadt nicht so ein Podock wäre, hätte ich ein paar Pulitzerpreise bei dir Ach so, genau Pulitzerpreise hättest du dann Okay Was ist denn mit dem Sheriff los? Was ist das Problem mit deinem Sheriff? Sieht ein bisschen ein bisschen ein Er ist ein bisschen ein Aber, eh So ist jeder hier Und es hat nur noch schlimmer geworden, seit Chuck zu sterben Oh Mann, wer denn wohl ja Chuck Edmund? Chuck Edmund, der Pillow-Magnet Er hat diese Stadt seit den 50 Jahren gelebt und hat eine große Pillow-Faktorie Ach so, er gelebt Er hat ein paar Tage später Seine Frau Dolores und ihre Schwester Lenore standen, um eine Furchtung zu erhalten, wenn sie einfach zu kämpfen Hm, was weiß ich noch noch über Chuck Die Frau weiß echt einiges Er hat die Pillow-Faktorie mit seinem Bruder Franklin in den vergangenen 30 Jahren, um Pillow-Magnet für den Krieg-Effort zu machen Pillow-Win-Wars war der Slogan Oh ja, okay Chuck und Chuck waren das Zentrum der Thimbleweed-Social-Szene der 50 Jahre Faszinierend Chuck investierte Millionen in Automation und wurde ein Experte in AI Für, äh, krasse Illumination Any Intervention? Artificial Intelligence Äh, Computer, die denken? Er hat die ganze Stadt automatisiert Die Leute sagen mir, es war wie leben in der Zukunft Das ist eine seiner Maschinen da oben Der Kopitron 3000 Dann 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 Okay, komm, jetzt erzählen Sie es doch Ah Er war echt echt Okay, ähm Was wissen Sie denn vom Sicherheitsverband in der Kistenfabrik? Ich frage die jetzt mal um bis, äh, aus bis zum Umfall Okay, aber wie soll ich das beweisen? Sie meinen wohl eher den fünften Verfassungszusatz, hä? Woher weiß sie das? Äh Äh Okay, was machen Sie jetzt wegen des Bandes? Okay, äh, okay, da hat sie recht, das stimmt allerdings Äh, liefern Sie auch nach Hause? Ja, vielleicht Okay, fangen wir nochmal nach dem vierzehnten Verfassungszusatz Aber was ist mit dem 21? Was ist mit dem 24? Die kann doch nicht alle wissen! 20? 20? Okay, Leute Ähm Das dauert mir zu lange hier Okay, äh... Oh. Rahm der Landkarte. Dann nimm. Dann muss ich sie erst bestimmt loswerden. Und dann... Das kann ich bestimmt über... Der Gutsberg, ja. Okay. Kriegen wir nicht hin. Der Copytron. Was ist das? Okay. Mann, Mann, Mann. Ich muss erst mal von irgendeinem... Die Fingerabdrücke auf irgendwas bekommen. Naja, Leute, okay. Wir sind hier ungefähr wieder bei einer halben Stunde angekommen. Und da ist jetzt eine gerade... Ist jetzt eine gerade gute Stelle, um... Ein kurzes Päuschen einzulegen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch noch immer ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen! Vielen Dank.